Hallo und herzlich willkommen hier zu Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Ja, momentan sind wir ja als Dr. Watson unterwegs, weil der große Meisterdetektiv sich hier nicht einmischen kann, so richtig, weil wir da so ein bisschen undercover bleiben müssen. Und Dr. Watson kann ihn natürlich als, ja, als Privatmann hier als Doktor hier rumgehen, so ein bisschen, und ja, so ein bisschen eben hier eben versucht, den Fall hier für Holmes hier zusammenzusuchen, ne. Ja, es war ja, die Polizei will sich da ja keine Blöße geben, ne, wenn der Mr. Holmes ihnen da wieder mal hilft. So, der Schrank war vorher noch offen, da habe ich nichts gemacht, aber das ist komisch, ich bin nur mal kurz auf dem Spiel gedappt hier dann. Und ja, jetzt wisst ihr auch, dass ich da wieder eine Reihenaufnahme mache, also dass ich da jetzt wieder in der nächsten Folge bin und eigentlich auch euren Kommentaren da gar nicht groß beantworten kann. Also was heißt, ich kann die schon beantworten, aber ihr könnt mir halt keine dem Spiel dienlichen Hinweise geben, wobei ich das sowieso bitte zu unterlassen, mir ja Backseat Gaming zu machen. Wenn ihr wisst, wie das Spiel weiterläuft, also worum es geht, dann ist es schön für euch, aber ich möchte tatsächlich ein bisschen selber weiter rätseln hier auch. Und wenn mir das natürlich einer vorkaut, dann ist es natürlich schlecht, ne. Ja, ich werde mir natürlich auch eine Lösung nehmen, wenn es mal zu lang dauert natürlich, weil ich kann auch nicht immer auf eure Kommentare abwarten, weil ja, dann fehlt ja die nächste Folge wieder, bis ihr mir da vielleicht geantwortet habt. Ja, aber, und wenn, da würde ich explizit natürlich mal danach fragen, ob ihr das vielleicht wisst oder sonst so, oder ob ihr es gewisst hättet, ne. Später ja, ja, aber nur, um das mal klarzustellen. So, dann machen wir hier wieder auf und nehmen uns hier, gut, okay, wir müssen den Stock nachbauen. Äh, ich weiß nur nicht, wie, wie das Holz aussieht. Ne, Anleitung. Bauen Sie im Fenster den am rechten Bildstammrand Sikerts G-Stock nach. Gingen Sie auf das Inventar-Icon und finden Sie den Dialog, in dem Sikerts seinen G-Stock beschreibt. Gingen Sie anschließend auf einen der Gegenstände im linken Bereich. des Bildschirms und ziehen Sie in das Fenster am rechten Bildschirmrand. Der Gegenstand wird automatisch in die richtige Stelle gesetzt. Zum Entfernen eines Gegenständes müssen Sie ihn anklicken und wieder in den linken Bereich des Bildschirms ziehen. Vier Gegenstände, okay. So, äh, Inventar. Das müssten Dialoge gewesen sein. Ähm, das war in... Wo war denn das? Da. Sikerts. So, und jetzt... Ebenholz. Und der Griff graviert. Silber mit einem Ring in der Mitte. Und die Spitze ist auch aus Silber. 90 cm lang. Äh, wie soll ich das jetzt hier markieren? Das geht doch gar nicht. Ebenholz. Ebenholz. Ja, Ebenholz ist doch meistens schwarz, oder? Gut, mit einem Ring. Aber das mit einem Ring, das kann ich nicht so eindeutig sagen. Silbern auf jeden Fall. Das könnte ja auch schon sein. Oder der hier. Ich nehme mal an, dass es so ist, dass die Spitze da eben auch dazugehört dann. Oder... Ach, das ist... Das ist in der Mitte so ein... Teil. Ja gut, da müssen wir noch die Spitze zusammen suchen. Ich denke, dass die Spitze könnte sein. Und ich denke aber, dass der stoppt dazu. Oh, das war's. Holmes hätte es nicht besser machen können. Was kann ich für Sie tun, werte Kollege? Das war sofort richtig. Das ist ja geil. Okay, Griff. Ich glaube, ich habe den Griff des gestohlenen G-Stocks gefunden. Und damit gleich einen neuen G-Stock gebaut. Ja, das ist der Griff. Dennoch können Sie den G-Stock leider nicht mitnehmen, Doktor. Der Polizei würde ich ihn geben. Aber nur, wenn offiziell Strafanzeige erstattet werden. Oh, nee. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich Sie davon überzeugen kann, mir den G-Stock dennoch auszuhändigen? Wenn Sie ein Dutzend stabile, verstellbare Ledergurte für Beinprothesen beschaffen können, gehört der G-Stock Ihnen, Doktor. Hm. Gut, vielleicht können wir ja beim Schüster was machen, aber egal. Auf Wiedersehen, Doktor Gibbon. Ah, ja. Auf Wiedersehen, Kollege. Tausche das eine gegen das andere und so weiter. Wo könnten wir Lederdinger finden? Ja, hier natürlich nicht. So, warte mal. Können wir eigentlich immer noch da reingreifen? Nö. Okay. Hm. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Das Gespräch mit dem Arzt hat zu einer wichtigen Erkenntnis geführt. Lederschürze kann nicht der Mörder aus der Bugs Row sein. Laut Margie hat dieser Schurke die meiste Zeit der Tatnacht als Schaulustiger bei dem großen Feuer verbracht. Er konnte also nicht am Ort des Verbrechens sein, als dieses verübt wurde. Dennoch geht von ihm sicherlich Gefahr aus. Hätte ich jetzt ja fast gedacht, aber okay. Das ist natürlich logisch dann, ne? Du. Na, du Torgelmann, du. Na, da müssen wir jetzt mal gucken, können wir jetzt... Ich glaube, wir können immer noch nicht zurück ins To-Homes-Ding. Ja, vielleicht können wir ja... Ne, aber da muss ja eigentlich... ...der Mann selber Anzeige erstatten, ne? Das wird nicht klappen, aber wir probieren es trotzdem. Ja, wenn wir es nicht probieren, weiß man es nicht. So, na, ja, äh, ja, Constable. Gibt es Neuigkeiten, Doktor? Äh, nö, danke. Also dann, guten Abend. Schade. Mist. Ähm. Ja, gehen wir wieder. Das ist natürlich blöd. Hm. Gut, jetzt könnten wir höchstens natürlich bei dem einen Typ hinabfallen, bei dem Pensionstypen. mir. Ob der vielleicht, aber ich glaube ja nicht, aber... Ja, ich muss jetzt halt mal jedem Hinweis nachgehen, ja? Was kann ich für Sie tun, Doktor? Ne. Danke, Finley. Immer gern. Ja, ist gut. Ups. Nein, ich wollte ja gar nicht hochlaufen. Aber da müssen wir jetzt nochmal in so Bordell und müssen den Typen überzeugen, dass er Strafanzeige erstattet. Warte mal, wo ist denn das Bordell? Wäufig Gott gar nicht. Das war Pension. Da ist das Bordell. Gut, da können wir ja mal hinlaufen. Ja, da ist es okay. So, dürfen wir wieder rein? Ja, wir dürfen, okay. So, okay. Können wir jetzt mit dem Typen mal reden? Entspannen Sie sich, mein Freund. Wir sind hier in Whitechapel. Diese Mädchen würden verhungern, wenn wir nicht wären. Ja, aber du willst ja kostenlos. Ja, gut, ne. Nun, auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen, Sir. Oder bis zum nächsten. Aha, ja, ist gut. So, warte mal, können wir mit der nochmal reden? Ja, Dr. Watson? Nee. Danke, man. Ja. Gern geschehen. Hm. Und mit ihr? Ja, Sir. Okay, nee. Bis zum nächsten Mal. War mir... Ja, nee, also das hat uns gar nichts weitergebracht hier. Hm, wir können dem ja auch nicht, ja. Ich hätte jetzt ja gedacht, ja, aber... Wir müssen irgendwie ja bei der Polizei hier Strafanzeige stellen. Und, ja. Müsst jetzt ja mal zu der Schüsterei irgendwann mal hinkommen, oder? Oder müssen die zusammensuchen? Ich weiß ja nicht, wo die sein soll. Könnte die sein? Kann ja alles abklappern, aber... Ja. Nee, warte mal. Wir machen mal folgendes. Karte von London. Wir versuchen mal, ob wir jetzt zu Hause gehen können. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay, dann eben nicht. Ja, dann müssen wir hier weitermachen. Hospital. Hm, warte mal. Wenn wir ja, dann müssen wir hier durch. Aber hier gibt es ja noch einen Weg hier außenrum. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwelche Leute ansprechen müssen hier. Oder irgendwelche Türen angucken müssen da vielleicht, wo vielleicht was sein könnte. Jetzt haben wir jetzt Battery Street. Äh, nee, nicht Battery. Betty. Gell? Ja, Betty. Okay. Hm. Hä? Oh. Äh, was? Ach, das Wespennest. Können wir da rein? Das Wespennest. Dieser Pub sieht sogar noch schäbiger aus als der Goldene Löwe in der Baker Street. Ja gut, ich soll so eine Eckkneipe, ne? Weil die Tür ist an der Ecke. Wespennest. Ja, wir sollen da nicht rein. Okay. Dann sind die Laternen gelöscht. Okay, da ist es ja dunkel. Können wir ja jederzeit einer auf die Knüschel draufhauen. ein Sackmann-Nektor und, und Kattenbauer. Äh, was Kattenbauer? Quatsch. Äh, Karrenbauer. So, was haben wir hier noch? Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Straßennamen, oder? Ja. Berner Street. Berner Street. Ja, wie kann der das eigentlich lesen, wenn es ja hier so dunkel ist, wenn da ja die Lampen teilweise aus sind? Jetzt sind wir hier einmal rum, auf jeden Fall, und ich hab noch nichts, Police Station, ich hab noch nichts irgendwie gefunden, was nach einer Dings aussieht. Nach einer Schüßerei oder sowas. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay, hier dürfen wir nicht hin. Commercial Street. Commercial Street. Ja. Ja, bei der Projzei, wie gesagt, kann ich ja auch nichts machen, da war ich ja schon dort und kann ja nichts, nichts machen, ja. Tja. Ach, die Jugend von heute. Früher war alles besser. Ja, ja. Früher war alles besser. Äh. Umbrellas. Ach, hier gibt's Regenschirme, okay. Hm. Aber ist hier tatsächlich irgendwo? Hier müsst doch vielleicht... Commercial Street. Commercial Street. Mein Herr, vielleicht eine kleine Münze? Nö, kannst Knopf haben, meinetwegen. So, warte mal. Oder können wir... Nee, aber... Ich probier's einfach noch mal. Was kann ich für Sie tun? Nee. Danke, Finley. Immer gerne. Ja. Aber wir können ja auch nichts... Hm. Warte mal, gehen wir hier hinten rum. Warte mal, den fragen. Sagen Sie. Ich habe zu tun, Sir. Ja, ist recht. Die Polizei, dein Freund und Helfer überhaupt nicht. Nee, nee. Ja, man kann hier schon weit gucken, tatsächlich. Ja gut, Lucy wird uns wahrscheinlich nicht mehr helfen können irgendwie noch, oder? Bettey Street. Wie oft ist denn der Name an der Straße angeschrieben, hier? Commercial Street. Commercial Street. Hm. Ich meine, es hilft mir nur eins, dass die Lupen dann meistens grün sind, oder? Ja, da weiß ich... Aha, das habe ich schon mal angeguckt. Commercial Street. Ja, gut, jetzt gehen wir mal hier längs. Durch die dunkle Gasse hier. Na, du willst auch nur Geld wahrscheinlich. Du willst alle nur Geld. Hm. Auch wieder nur... die Straße angeschrieben. Ja. Warte mal, hier ist auch noch mal Whitechapel. Ja, also wie oft schreiben wir das denn hier an? Warte mal. Fletchers, Butcher, Meat and Poultry. Okay. Geschlossen. Aber da sind wir schon mal ganz gut hier. Warte mal. Boots and Shoe Airwear. E. Solomon, Rich. Okay. Ja, man muss das halt erst mal selber finden. Und jetzt haben wir sie tatsächlich gefunden. So, dann mal kloppen. Ja, Herr Doktor, um die Zeit... Naja. Das ist eh schon merkwürdig, ne? So, ja. Schwester, bleib bei deinen Leisten hier. So, ähm... Der Draht gefällt mir ja nicht. Oder ist das hier eine Schnur einfach nur? So, was ist denn? Hä? Ist das ein Pferdegerüst hier? Ja, das sieht so aus. Ich würde sagen, das sieht aus wie Pferdegeschirr. Uh. Macht ganz schön Lärm. Ja, da sind ja auch Schellen dran. Ja, jetzt hast du ein Gewicht. Guten Abend, Sir. Verzeihen Sie die Störung. Die Tür war offen. Ich hätte nicht gedacht, dass zu dieser späten Stunde noch jemand arbeitet. Guten Abend, Sir. Ich habe Sie nicht kommen hören. Ja, klar. Ähm... Und das Pferdegeschirr, da können wir gleich mal fragen. Sagen Sie, bei diesen lauten Dingern handelt es sich um Pferdegeschirr, nicht wahr? Nein, um Schellen. Ja, so ist es. Aber ich muss Sie leider bitten, morgen wieder zu kommen, Sir. Um diese Zeit ist der Laden normalerweise geschlossen. Ach, echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Merkmal, Herr Schuster, warum sage ich das dem ins Gesicht? Ich bin nicht wegen meiner Schuhe hier, sondern möchte mit Ihnen über einen Schuster reden. Es könnte sich dabei um einen Ihrer ehemaligen Arbeiter handeln, mit sehr bedenklichen Gewohnheiten. Arbeiten Sie etwa für die Polizei? Tut mir leid, aber ich werde mit Ihnen ausschließlich über Schuhe reden. Okay. Ja, übrigens, Finlay lässt Sie grüßen. Ich arbeite nicht für die Polizei. Mein Name ist Dr. Watson. Ihr bekannter Mr. Finlay, Hausmeister einer Pension, meinte, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Ah, dieser Mr. Finlay ist ein tüchtiger Mann. Und wenn er Sie geschickt hat, müssen Sie auch ein redlicher Mensch sein. Also, Doktor, wer ist dieser Schuster mit sehr bedenklichen Gewohnheiten, wie Sie es genannt haben? Äh, ja, vielleicht dieser Pfitzer, ja. Der Mann, von dem ich spreche, heißt Pizer oder Pizer und soll ein furchterregendes Gesicht haben. Kennen Sie ihn? Ja, John Pizer. Er war eine Zeit lang Schuster, arbeitet aber nicht mehr hier. Okay. Ja, wo ist denn jetzt hin? Wissen Sie, wo er sich aufhält? Nein. Und Sie werden ihn auch nicht finden. Ach ja. Warum? Weil er untergetaucht ist, Doktor. Vor einer Woche wurde hier in der Gegend ein schrecklicher Mord verübt. Schon bald hat sich das Gerücht verbreitet, dass er der Täter sein könnte. Man sagt, er hätte in der Vergangenheit mit Frauen zweifelhaften Rufes Ärger gehabt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Hm. Ja, ähm, über den Mord wissen wir ja Bescheid. War es in der Bugsrow? Isaac, genau wegen des Verbrechens in der Bugsrow bin ich hier. Ich habe die Gewissheit und einen glaubwürdigen Zeugen, der bestätigen kann, dass Pizer unschuldig ist. Zumindest was dieses Verbrechen anbelangt, obwohl er einige Prostituierte überfallen hat. Wenn er sich nicht stellt und gegenüber den Behörden Rechenschaft ablegt, bleibt er der Hauptverdächtige für diesen Mord und muss sich weiterhin verstecken. Darüber hinaus würde er den Verdacht auch auf ihre jüdische Gemeinde lenken, weil sie ihn wohl versteckt. Und während das gesamte Polizeiaufgebot nach ihm fahndet, fehlen die Mittel, um den wahren Täter zu fassen, der noch immer die Straßen unsicher macht. Und, wer weiß das schon, sich auch jederzeit ein Opfer aus ihren Reihen suchen könnte. Wenn das, was Sie sagen, der Wahrheit entspricht, hat Sie der Himmel in unsere Gemeinde geschickt, Doktor. Ich kenne Sergeant Thick, einen aufrichtigen Polizeibeamten aus dieser Gegend. Ich werde Johns Familie raten, dass er zu ihm gehen und seinen Standpunkt erklären soll. Aber gehen Sie bitte auch so bald wie möglich zur Polizei und erzählen Sie ihnen von dem Zeugen, den Sie für glaubwürdig halten. Das werde ich gleich im Anschluss an unser Gespräch tun. Danke. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Ja, und zwar, übrigens haben Sie vielleicht irgendwie ein paar übrige verstellbare Ledergurte oder so. Ließen sich aus Ihrem Pferdegeschirren Ledergurte für Beinprothesen machen? Verstellbare Ledergurte? Für einen fähigen Handwerker ist nichts unmöglich, Doktor. Und ich glaube, das kriege ich hin. Kommen Sie in ein paar Tagen wieder, dann sollte ich fertig sein. Betrachten Sie es als Gegenleistung für Ihre Hilfe. Okay, danke. Ja, gut. Das ist ja nur blöd, dass jetzt halt so viele braucht. Solange kann sich der Typ da ja eher in dem Bordell rumtreiben, ne? Also, ciao. Ich komme in ein paar Tagen wieder, wie Sie wünschen, Sir. Ich bin müde und will nach Hause. Aber ich habe versprochen, sobald wie möglich zur Polizei zu gehen. Gut, das machen wir noch. So, auf zur Polizeistation. Jo, was steht hier eigentlich? Podcast Universe, irgendwas, Outdoor, keine Ahnung. Was ist denn mal da, Butt? Okay. Ja, da hat er seine Schlappen stehen, die er gemacht hat. Ähm, ja, dieses Regal. Ähm, ja, da kann man nie was draufstellen. Das ist sehr gut, nämlich angebracht, ja. So, okay. Gut. Ja, oder nochmal? Ich würde sagen, das sieht aus. Ja, Scheld. Gut. Ja, dann gehen wir mal wieder raus und gehen ins, ähm, Polizeirevier hier. So, und zwar habe ich die Karte, das geht schneller. So, Polizeistation. So, grütt sie. So, bin ich wieder. In der Zwischenzeit. Hm. Hat hier wieder jemand gemacht? Einverstanden. Ja. Hm. Hey, Doktor, Sie sehen müde aus. Sind Sie die ganze Nacht durch die dunklen Gassen von Whitechapel spaziert? So kann man es auch nennen. Ich habe Informationen über Lederschürze, den Mann, über den wir vorhin gesprochen haben. Wissen Sie, wo er steckt? Nein, aber ich kann ihn bezüglich des Mordes in der Bugs Row entlasten. Eine Person kann bezeugen, dass er unschuldig ist. Oh, Watson, Watson. Erst jetzt, nach vielen Stunden des Herumspazierens, bequemen Sie sich, die wichtige Notiz zu überbringen, auf die Inspektor Everline wartet? Aber, äh, nein. Aber was machen Sie denn hier, Holmes? Ich war besorgt, Watson. Und wie es scheint, aus gutem Grund. Kommen Sie, geben Sie diesem Polizeibeamten die Notiz und dann auf nach Hause. Wie Sie wissen, ist meine Anwesenheit hier nicht erwünscht. Und außerdem ist es eiskalt. Ah, Cradle, gerade noch rechtzeitig. Protokollieren Sie die Aussage dieses... Nein, Sie müssen Ihren Feierabend leider verschieben. Ich muss Chandler in der Hanbury Street finden. Er hat wieder zugeschlagen. Wer? Der Mörder. Der Mörder aus der Bugs Row. Aha. Hanbury Street. Gehen wir, Watson. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Hanbury Street. Wo ist die? Weiß ich nicht. Ist, äh, hier? Nö. Hanbury Street. Hanbury Street. Äh, ich kann hier gar nicht erkennen, dass die hier irgendwo sein soll. Ja, es muss aber Whitechapel sein, oder? Ja, wenn, dann müsste es ja irgendwo hinten sein. Da ist ja Street. Hm. Hallo? Da heißt es auch Street, aber da steht oft dann der Name nicht bei. Es gibt keinen Grund, dort hinzugehen. Okay. Es gibt keinen... Ja, wie soll ich denn jetzt... Wo soll denn hier diese komische Hanbury Street sein? Hier, aber kann ich irgendwo rumklicken jetzt hier, oder? Oder wie schaut das aus? Es gibt keinen Grund, dort hinzugehen. Ich versuche es ja tatsächlich. Wie soll ich denn jetzt hier... Ich kann jetzt gar nichts anderes machen hier, oder? Vielleicht kann nur die so raus und dann... Hm. Ich kann doch von Whitechapel. Ja, die... Die Straße da kann hier ja gar nicht sein, oder? Hm. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Ja, wie soll ich denn... Okay, jetzt ständig hier rein. Das ist ja blöd. Ich möchte... Ah ja, gut. Über den Inventar folgern. Das war das hier. Herleiten. Okay. Fortsetzen. Gegenschnittdialoge. Ha, aber ich kann doch hier gar nicht in die Hanbury Street hin. Willst du mich jetzt verarschen? Es gibt kein... Ja, ist ja recht. Dann muss es ja doch hier irgendwo sein. Es gibt kein... Ah. Das wird es sein. Nee, Pension? Nee, doch nicht. Es gibt... Nö. Ja, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ich verarschen. Das muss doch hier sein. Warum's? Hanbury Street. Gehen wir, Watson. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, schon. Und wenn ich hier raufgehe, dann komme ich auf die Karte. Aber mit der Karte kann ich nichts anfangen. Die Hanbury Street weiß ich nicht, wo sie ist. Es gibt kein... Ich kann hier natürlich auf den verschiedenen Karten... Aber das kann hier außen nicht sein. Das ist eine Schule übrigens. Äh. Walde Street. Nee, das ist... Es gibt... Das bringt ja alles nichts, ne? Ich weiß nicht, wie ich jetzt da hin soll. Ja. Oder ist das tatsächlich hier irgendwo? Aber dann wäre doch hier ein... Dann wäre doch hier tatsächlich ein... Ein neuer Ring oder so. Hä? Willst du mich verarschen? Ist die Karte wieder hier? Okay. Hm. Fortsetzen. Geht nicht. Gut. Ich hab jetzt überhaupt keinen Plan. Oder ich hab jetzt hier gerade wieder... Hm. Mit dem noch mal reden. Hanbury Street. Ah ne. Okay. Wir müssen. Wir müssen gehen. Gut, Leute. Dann würde ich mir das erst mal sagen. Ich mach ja tatsächlich heute mal einen Cut wieder. Ich mach mir so früher Schluss, weil ich werde jetzt mal suchen, wie ich dann diese komische Hanbury Street soll. Weil ich seh die auf der Karte, ne? Und da brauch ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Vielleicht seh ich's ja, wenn ich grad mal offscreen ein bisschen guck. Auf jeden Fall sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's, ähm, wieder beim nächsten Mal. Und wenn's euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und vielleicht auch einen Kommentar, wenn ihr mögt, natürlich. Und tschüss, bis dahin. Euer Lego. So.